Na Jungs, heute ist Samstag, ihr seht jetzt meine Fresse von hier unten und könnt mir auch schön in die Nasenlöcher reingucken. Ich hoffe, ich habe keine Popel, vielleicht so ein bisschen. Ich wollte euch eigentlich nur sagen, ey, keine Zeit, wirklich, ohne Scheiß, keine Zeit. Ich habe ganz viele andere Projekte gerade am Laufen, ey, läuft bei mir, es ist so krass, was bei mir gerade alles läuft. Nee, also ich habe tatsächlich viel zu tun, ich habe gerade viel um die Ohren und da kann ich halt nicht immer ein Video machen. Aber ich verspreche euch, dass ich demnächst mit einer ziemlich großen Bombe rausgehe. Das bedeutet, ich mache euch mal so ein paar Videos über Krankheiten und die werde ich alle auf einmal releasen, dann gibt es voll die Playlist so mit Krankheiten. Ja, hört sich auch schon wieder total fies an. Also bitte seid nicht sauer auf mich, aber ihr habt ja wirklich ganz, ganz viele Videos von mir und wenn ihr Langeweile habt, dann guckt doch einfach meine ältesten Videos. Die sind nämlich unfassbar scheiße. Also guckt einfach mal in meinem Kanal, mit welchen Videos ich angefangen habe. Oh, echt wie so der Oberlehrer, ganz vorsichtig rede ich mit euch, bloß kein Schimpfwort, nichts Blödes sagen und so. Oh, ist das peinlich. Ja, belebt die alten Videos einfach nur. Es tut mir leid, ich konnte jetzt kein Video machen, aber das wird sich auch wieder ändern. Aber halt nicht am heutigen Samstag. Wollt ihr ein bisschen sehen, wie das hier so aussieht? Guck mal, da oben, großes Licht, ey. Das ist immer so, das ist dafür da, dass ich hier auf dem Kopf und auf den Schultern immer so einen Heiligenschein, ja. Genau wie Jesus, ey, dass ich immer so einen Heiligenschein habe wie Jesus. Und hier, die bunten Lampen, die musste ich mit so Knoten machen, damit die ein bisschen höher hängen. Aber jetzt habe ich mittlerweile das Problem, ich glaube, die könnten wieder ein bisschen runter. Ach, egal, ich lasse die so, habe jetzt gerade keinen Bock. Und das ist die Pinnwand. Und hier ist mein Bett, da schlafe ich immer. Und das, 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 das ist ein Teppich. Auf dem sitze ich immer, wenn ich vorm Rechner sitze. Und hier ist eine Klimaanlage, Klimaanlage und eine Leiter. Und das ist Batman. Nun gut, dabei überlassen wir es. Wie muss ich machen, damit es ein bisschen besser aussieht? Wie machen die ganzen hippen Teenager das immer so? Oh, hi. Wir sehen uns spätestens am nächsten Samstag. Au revoir. Tschüss. Ciao. Buy-u-nya-luise dramatic shower. Tak mucho. Ansonsten. Podium. Earth, das, was richtig cultura leg 만들. Bedaus diput. Dinunky. Greit. Vielen Dank.